Alle mal kurz aufwachen bitte und herzlich willkommen zur Weihnachtsinspektion von Während du schliefst aus dem Jahr 1995. Lucy arbeitet sogar an Weihnachten als Ticketverkäuferin bei der Chicagoer Hochbahn. Ja, ich weiß, es ist irgendwie traurig, aber ich habe mich in diesen Anzug tragenden Fremden verliebt, der jeden Tag bei mir vorbeikommt. Aua! Nein, Hilfe! Er ist überfallen und aufs Gleis gestoßen worden. Hilfe! Und sie rettet ihn, er liegt aber im Koma. Und seine Familie so, und du bist Peters Freundin. Sie widerspricht nicht, feiert mit ihnen zusammen Weihnachten und nur Jack, sein Bruder, so, das kann nicht stimmen. Aber sie ist mittlerweile so drin in dieser Familie, dass sie sagt, doch, und ich kann es beweisen, er hat nämlich nur einen Hoden, der Peter. Fragt mich nicht, woher ich das weiß. Wow, der Glückspilz. Und Lucy und Jack verlieben sich ineinander. Aber da wacht Peter aus dem Koma auf. Wow, ich habe eine Verlobte, lass uns heiraten. Äh, aber kurz vor dem Jahrwort grätschen Peters echte Verlobte und Jack Reine sagen Einspruch. Und sie so Gott sei Dank. Und so kommt am Ende zusammen, was zusammen gehört. Also immerhin spielt das Ganze an Weihnachten, wenn auch echtes Christentum nicht vorkommt. Deswegen keine Messias-Momente. Dafür gibt es auch nur wenig Alternativkult für amerikanische Verhältnisse. Zwei kleine Sternchen auf der Satanismus-Skala. Die Liebe steht, wie man hier sieht, im Mittelpunkt. Deswegen fünf Sterne hier. Der weihnachtstypische Konsumterror spielt wieder keine Rolle. Und auch der Friede auf Erden wird nicht wirklich gefördert. Es wird eher gemogelt und gelogen. Deswegen null Sterne in dieser Kategorie. Magere Sternchen-Ausbeute. Trotzdem finde ich den Streifen irgendwie weihnachtlich. Und ihr? Ratet, während du schliefst, auf unserem Ex-Masometer und teilt, teilt, teilt. Und dann schlaft gut. Und wer weiß, vielleicht wartet eure Verlobte oder Verlobter auch schon, wenn ihr aufwacht. Süße Träume. Süße Träume. Süße Träume. Süße Träume. Süße Träume.